Von deinem geheimen Freund. Wer könnte ich sein? Fällt dir nichts ein? Spielen wir ein Spiel, wir zwei allein. Fällt Ihnen dazu was ein? Sie werden eine richtige Berühmtheit. Warum schreibt er Ihnen? Bist du Gerechtigkeit? Denk Sie mich nicht an? Was ist der Preis, damit du wegziehen kannst? Was zum Teufel bist du denn? Ich bin Vergeltung. Der Kerl ist verrückt! Du bist auch ein Teil davon. Inwiefern bin ich das? Was? Wirst du noch sehen. Was? Ich bin adoption. Wenn mir nicht dein Lieblingsdorf ist.